Battletech-Pflichtübung von William H. Keith Jr. Während ihres Kampfes auf Caledonia hat die Grey Death Legion gegen alle Grundsätze des Söldner Ehrenkodex verstoßen. Das Kriegsgericht setzt als Strafe dabei zu einem Tiefschlag an. Grayson Carlyle verliert Titel und Güter, die Legion muss Glangory verlassen. Kommandeur Carlyle und seine Mannschaft wissen, dass sie einem Komplott zum Opfer fielen. Um ihre Ehre zurückzugewinnen, fassen sie einen tollkühnen Entschluss. Aber schlägt ihr Plan fehl, verspielt die Legion mehr als ihren guten Ruf.